Georg, danke für die Interviews. Wie würdest du heute dieses Spiel beschreiben? Intens. Wir wussten, dass wir gegen Sturm Graz immer ein intensiver Spiel sein werden. Sie lieben die langen Ballen und spielen von dort. Das war sehr intensiv. Ich fühlte mich, dass wir in der zweiten Halbzeit viel besser waren. Als wir das Spiel begonnen haben, hatten wir die Chance, um das Spiel zu erreichen. Aber wir mussten lernen von diesem Spiel. Wir haben die restlichen Spiele und versuchen, so hoch wie möglich zu können. Also, du denkst, dass wir einen Punkt verdienen? Ja, sicher. Wir haben klare Chancen und es ist glücklich, dass wir sie nicht haben. Aber wie gesagt, wir können von diesen Dingen lernen und sie zu unseren nächsten Spielern bringen. WAL und Bärische, hätten wir uns heute einen Punkt in Graz verdient? Ja, ich denke schon. Wenn man zurückdenkt auf die zweite Hälfte auf jeden Fall. Die Chancen waren auch richtig groß und auch gut herausgespielt. Wir waren schon gut für ein Tor heute. Und ja, es hat schon jetzt wehgetan, mindestens ohne einen Punkt nach Hause zu fahren. Aber wir mussten jetzt einfach an uns konzentrieren. Leider haben wir nicht die Punkte mitgenommen nach Linz. Aber wir schauen jetzt auf das Spiel gegen Salzburg und wir müssen wirklich unbedingt punkten zu Hause. Weil wenn wir oben mithalten wollen, ist es schon wichtig, dass wir da zu Hause mindestens punkten. Ja, la, 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 la la, la, la du mal Am nada im Knopf. Vielen Dank.